Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, aber es ist einfach ein Thema, wo extrem viel Bewegung drin ist und mich interessiert es wahrscheinlich ziemlich genauso doll wie euch auch. Was wird aus Air Berlin? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie gesagt, bei Air Berlin ist gerade eine ganze Menge Bewegung drin. Wir wissen, dass die Airline ultra hoch verschuldet ist und jeden Tag richtig viel Miese einfliegt. Fast 800 Millionen Euro Verlust waren das im Jahr 2016 und jetzt fliegt die Fluggesellschaft jeden Tag knapp 3 Millionen Verlust ein. Und so kann eine Fluggesellschaft und ein Unternehmen überhaupt ja an sich irgendwie gar nicht funktionieren. Finanziell unterstützt wird das Konstrukt Air Berlin seit einigen Jahren, genauer gesagt seit Dezember 2011 von der Fluggesellschaft ETH Airways aus Abu Dhabi. Seitdem hat sich die wirtschaftliche Situation der Fluggesellschaft aber überhaupt nicht verbessert. Das Ganze wurde immer, immer schlimmer und Air Berlin besitzt seit Ende 2016 nicht mal mehr eigene Flugzeuge. Die sind mittlerweile alle geleased. Dass Flugzeuge geleased werden ist an sich nichts Ungewöhnliches, aber dass man gar keine eigenen Flugzeuge mehr hat und die Airline dabei aber eigentlich ja so groß ist, schon ein bisschen komisch. Und im September 2016 wurde dann von einem harten Sanierungsplan gesprochen. Man hat halt gesagt, die Fluggesellschaft muss jetzt radikal verändert werden und deswegen wollte man die Flotte auf etwa 75 Flugzeuge halbieren. Langstrecke sollte es ab Düsseldorf und Berlin geben. Tourismusflüge gehen in eine separate Sparte und etwa 40 Flugzeuge gehen an den Lufthansa-Konzern. Das war zumindest der Plan im September 2016. Nun heißt es seit zwei Tagen, dass es einen gemeinsamen Ferienflieger, bestehend aus Air Berlin und TUI Fly, nicht geben wird. Hm. Was hat TUI Fly damit zu tun? Zwischen den beiden Fluggesellschaften gibt es seit ungefähr acht Jahren einen Leasingvertrag. Einen ziemlich großen Leasingvertrag. Air Berlin hat damals das komplette Städtenetz der TUI übernommen und damit auch etwa 13 oder 14 Flugzeuge, glaube ich, gleich von Anfang an. Deswegen kann es auch durchaus mal sein, dass wenn ihr zum Beispiel von Hamburg nach Stuttgart fliegen wollt, dass ihr dann in einer Air Berlin 737 landet, obwohl die Fluggesellschaft diese Dinger ja eigentlich abgegeben hat. Das Ganze ist dann nämlich operated by TUI Fly. TUI ist also schon lange ein ziemlich wichtiger Teil der Air Berlin, aber dadurch, dass jetzt eine gemeinsame Ferienfluggesellschaft nicht zustande kommt, funktioniert der ganze Sanierungsplan von Air Berlin ja auch schon wieder nicht so richtig. Aber wartet mal. Um das Ganze vielleicht nochmal eine ganze Ecke komplizierter zu machen, habt ihr euch schon mal gefragt, warum auf eurem Air Berlin Urlaubsflugzeug, zum Beispiel Düsseldorf-Malle oder was auch immer, warum da hinten eine österreichische Kennung drauf ist? Die eigentliche Air Berlin hat nämlich mittlerweile gar kein Feriengeschäft mehr. Seit einigen Monaten übernimmt das die Tochter der Air Berlin und zwar Niki. Und die kommen halt aus Österreich. Und das alles läuft unter der Leitung des Großaktionärs Etihad. Aber wie gesagt, eine gemeinsame Fluggesellschaft, eine gemeinsame Ferienfluggesellschaft zwischen Air Berlin slash Niki und TUI Fly wird es also nicht geben. Wir sind also mittlerweile so weit, dass die Air Berlin als Unternehmen ja eigentlich gar nicht so richtig funktionieren kann, oder? Und an der Stelle, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, bringen wir da mal Lufthansa ins Spiel. CEO der Hansa, Carsten Spohr, hat nämlich öffentlich bekannt gemacht, dass er durchaus Interesse daran hat, die Air Berlin zu übernehmen. Denn damit würde man, ja, mal eben den größten Konkurrenten innerhalb Deutschlands einfach wegfrühstücken. Auch nicht ganz unwichtig ist ja eigentlich, dass an der Spitze der Air Berlin mittlerweile mit Thomas Winkelmann auch ein ehemaliger Hansa-Typ sitzt. Also Lufthansa und Air Berlin in irgendeiner Form zusammenzubringen, klingt doch eigentlich schon mal gar nicht so unwahrscheinlich. Lufthansa möchte so schnell wie möglich Eurowings wachsen lassen und zu einer großen Airline werden lassen. Und wie praktisch, dass Air Berlin ja eigentlich auch A320 und A330 fliegt, genauso wie die Eurowings das auch tut. Hört sich doch gut an. Ja, das ist dann wohl auch ein bisschen viel Zukunftsmusik, weil mit der Air Berlin würde die Lufthansa ja auch die Schulden des Unternehmens komplett mit übernehmen. Und das ist mit über einer Milliarde Euro auch für eine Lufthansa nicht gerade wenig Geld. Und da erwartet die Lufthansa eine Lösung durch ETI hat. In der Hinsicht bleibt es also ziemlich spannend. Genauso spannend ist, was ETI hat generell mit dem ganzen Laden vorhat. Denn man sichert der Fluggesellschaft durchaus für die nächste Zeit noch finanzielle Unterstützung zu. Aber mal ganz im Ernst, so läuft das Ding noch nicht. Ja, wir halten also fest, bei Air Berlin kann es durchaus nicht mehr ewig so weitergehen. Und eine Lösung könnte da durchaus Lufthansa sein, obwohl da halt noch viele Sachen im Weg stehen, wie zum Beispiel die Schulden und die hohen Betriebskosten der Fluggesellschaft, was nicht so ganz zur Lufthansa passt. Eine andere Lösung, TUI Fly, ach nee, das fällt ja weg. Geld vom Staat. Die Berliner haben nämlich bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen, jetzt mal ganz doof übersetzt, nach Geld gefragt. Und eigentlich kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die jeweiligen Landesregierungen durchaus Interesse daran haben, dass eine Fluggesellschaft wie die Air Berlin in Deutschland neben der Lufthansa läuft und funktioniert. Tut sie ja aber eben nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Fluggesellschaft in naher Zukunft wirklich viel Geld vom Staat bekommen wird. Einfach so. Sondern da muss Air Berlin sicherlich noch eine ganze Menge ändern. Air Berlin braucht auf jeden Fall eine große Änderung, eine große Lösung. Und wie die dann letztendlich aussieht, schauen wir mal. Was meint ihr denn? Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und euch mal so einen gewissen Überblick verschafft darüber, was gerade bei der Air Berlin so abgeht. Zumindest ist das das, was ich so jetzt überall rauslesen konnte. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.